Cars-Enthusiasten aufgepasst! Es gibt endlich eine Möglichkeit in DSIMS 4, die Haarfarbe eurer Sims so anzupassen, wie ihr wollt. Fast wie mit einem Farbrad. Ein Feature, welches die Sims-Community wohl fast am meisten nach neun Jahren DSIMS 4 immer noch vermisst, ist das Farbrad. In DSIMS 3 gehörte es noch zum festen Bestandteil, mit dem man sogar detailliert den Ansatz, Strähnchen und Spitzen anpassen konnte. Die in DSIMS 4 maximal als eigene Farbalternative bereitstehen. Bis jetzt, denn dank einem tollen Community-Mitglied können wir jetzt im Ersteller 1-SIM auch ebenfalls die Farben noch detaillierter anpassen. Der Simmer Josio hat nämlich dafür eine kleine Mod entwickelt, mit der man nämlich ganz detailliert alle Farben, die man sich ungefähr so vorstellen kann, ins Spiel gebracht hat. In der Kategorie Make-Up haben wir jetzt hier diese Overlays, die wir jetzt über die Haare packen können und ihr seht schon, hier sind auch schon die einzelnen Farboptionen. Von denen gibt es wirklich eine ganze Menge natürliche Farben, aber auch ganz viele bunte Farben, die es bis jetzt noch nicht so im Spiel gab. Hier sind auch ganz viele kleine Abstufungen möglich. Also wir haben hier zum Beispiel so Brauntöne oder hier Blau. Sonst waren es ja immer nur so von den wichtigsten Farben zwei verschiedene. So intensiver einmal nicht so intensiv, eher Pastellic. Und jetzt können wir hier am Farbton ebenfalls noch so ein bisschen rumdrehen. Ihr seht schon, wenn man hier die bereits vorhandenen Make-Up Slider verwendet, dann kann man den Farbton auch noch in seiner Abstufung anpassen. Zum Beispiel möchte ich ihm jetzt diese Haarfarbe hier geben und das kann dann ebenfalls so ein bisschen angepasst werden. Das soll ja realistisch aussehen, deswegen hier wäre es dann so ein bisschen grüner, aber ich möchte das wirklich neutral haben. Ich glaube, da passt die Mitte eigentlich perfekt. Jetzt können wir noch die Deckkraft anpassen und ihr seht schon, damit hat man super viele verschiedene Möglichkeiten. Das ist auch ganz spannend, wenn ihr hier jetzt eine ganz andere Haarfarbe auswählt, wirkt das Overlay auch noch mal anders. Also da kann man gerne mal ein bisschen rum experimentieren. Jetzt wundert ihr euch vielleicht, warum es hier eine Version 1 und Version 2 gibt. Das hat den Hintergrund, dass die Frisuren jeweils im Spiel ein bisschen anders funktionieren und es kann sein, dass dieses Overlay bei manchen Frisuren nicht ganz so gut aussieht. Zum Beispiel bei dieser Frisur hier ist es so, dass manche Strähnchen hier noch nicht richtig eingefärbt sind. Dafür ist dann die zweite Variante gedacht. Ihr seht schon, jetzt passt alles hier ganz gut zusammen und ihr seht auch schon die Version 1. Version 2 gibt es hier ganz oft. Das liegt daran, dass diese Overlays für die einzelnen Kategorien gedacht sind. Also dieses hier zum Beispiel bezieht sich dann hier auf die Wangen und dieses hier auf die Lippen und das bedeutet quasi, dass ihr dann, wenn ihr sagen möchtet, okay, ich möchte meinem Sim jetzt dieses Overlay geben, aber ich möchte ihm gleichzeitig noch Lippenstift aufsetzen, würdet ihr dann zum Beispiel jede Option außer die Lippen verwenden, damit ihr dann halt in der Lippenkategorie dann noch den eigentlichen Lippenstift wählen könnt. Ihr seht schon, genau, das gibt es jetzt in jeder Kategorie. Dann könnt ihr halt entweder den Lippenstift nehmen oder das Overlay. Wir probieren das jetzt hier einfach nochmal bei den Frauen aus, zum Beispiel bei dieser Frisur hier. Da funktioniert das ganz gut. Jetzt können wir hier mal ein bisschen durchgehen, eine andere Haarfarbe auswählen. Also gerade meiner Meinung nach so für bisschen buntere Farben, also nicht natürliche Farben, macht diese Mod auf jeden Fall Sinn. Jetzt kommt hier so ein Grün raus, wenn man ganz oft an diesem Regler dreht, aber wenn man nur in kleinen Schritten vorgeht, dann sieht man einfach nur so ein paar andere Variationen der Farbe. Es ist fast ein bisschen schade, dass die Entwickler da selber noch nicht auf die Idee gekommen sind, sowas umzusetzen. Wie man sieht, es funktioniert ja wirklich im Spiel. Also das jetzt mit einem richtigen Farbrad, aber auch in der Haaroption wäre natürlich nochmal schöner. Eine Einschränkung gibt es natürlich noch. Die Bärte und Augenbrauen nehmen leider nicht die Farbe an. Das ist wirklich ein bisschen schade. Kommt vielleicht dann noch in einer weiteren Version, wäre ich auf jeden Fall sehr gespannt. Die Overlays funktionieren hier ebenfalls für Kinder, wie man sieht. Genau, jetzt würden wir hier vielleicht ein bisschen das dunkler machen, dass es noch realistischer aussieht, dass es wirklich so aussieht, als wäre es eingefärbt. Und dasselbe Spiel für Kleinkinder, den kann man theoretisch jetzt auch in Die Sims 4 die Haare färben. Mit der Frisur, wie man schon sieht, funktioniert es leider nicht so gut. Hier ist es so ein bisschen ausgewaschen. Ist auch immer ein bisschen Glück dabei, ob das jetzt so funktioniert. Derzeit müsst ihr euch leider noch gedulden, bis ihr diese Mod wirklich kostenlos herunterladen könnt. Ich habe hier gerade mal die Patreon-Seite aufgemacht. Der offizielle Release ist für alle erst am 5. Oktober. Es dauert also noch ein bisschen. In der Zeit müsstet ihr leider jetzt noch einen Euro investieren. Ist aber jetzt wirklich nicht viel und ich finde, dafür ist es auch wirklich okay. Hier sieht man dann noch mal ein paar verschiedene Beispiele. Also ich finde, den Sims steht das noch mal besonders gut. Es gibt ja auch irgendwie so Gesichtstypen, bei denen bunte Farben mehr passen als bei anderen und hier passt das ganz gut. Den Link zur Mod findet ihr natürlich wie immer in der Beschreibung. Schaut da gerne vorbei. Wünscht ihr euch denn noch ein Farbrad oder reichen euch die bereits vorhandenen Farbalternativen? Schreibt mir das gerne mal in die Kommentare und dann würde ich sagen, man sieht sich bei einem der nächsten Videos hier auf simsblog.de wieder.